Wir sind ein Mann und eine Frau, die ein Kind verloren haben. Die erst ein Kind verloren haben, dann sich selbst und dann ein anderer. Ja, das ist eine ganz klare, knappe Zusammenfassung. Ja, von uns. Sie sagen, dass Sie 200 Gräber verlegen müssen. 200? Stand in der Zeitung. Es ist also wirklich so schlimm, wie es in dem Brief steht. Wahrscheinlich schon. Ein Mann allein, der sorgt natürlich nicht gut für sich. Du musst ab und so auch mal was Gesundes essen und weniger Trinken natürlich. Sagt dir das niemand? Doch. Deine Mutter wahrscheinlich. Meine Frau. Was willst du, dass ich sage? Willst du, dass ich schreie? Willst du, dass ich brülle? Soll ich mich auf den Boden werfen oder willst du, dass ich diesmal für Gläser ins Spalze? Willst du doch... Ich will meine Geschichte erzählen. Du bist Vater von einem anderen Kind? Ich will... Ich will meine Geschichte. Ich will meine Geschichte. Vielen Dank.